Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, en cabaret, tu cabaret. Verfolgungsweine, was anfangen? Penny, bring dich in Sicherheit, du wirst der Nächste sein. Donnerwetter. Wir unterbrechen unsere Sendung, volkstümliche und romantische Musik, die ihr herzerwärmt aus Schottlands, für eine wichtige Meldung. Mach du grüne Neune, was haben sie denn vor? Zeitung, die Zeitung, die Abendzeitung, die Zeitung! Einmal die Abendzeitung! Der tatverdächtige Richard Henney ist flüchtig! So eine Überraschung, oder? Blutmann! Schnapp ihn dir! Dem verdächtigen Richard Henney ist es gelungen, kurz hinter Edinburgh vom Zug auf die Forst Bridge zu springen. Aber ich schwöre, ich bin unschuldig. Sie müssen mir helfen. Brauchen Sie Hilfe? Ja, ich suche nach Arbeit. Yeah! Beim Abendessen erzähle ich Ihnen alles über Nacht. Wirklich? Wenn Sie mögen. Oh ja! Allmächtiger! Sie müssen fliehen. Und zwar habe ich das Fenster. Da ist er! In Schusslinie geradeaus! Wo will er hin? Das ist der Mann, den Sie suchen, Inspektor. Es tut mir leid, bis wenn ich mir recht überlege, sollten auch Sie mit aufs Revier kommen. Warum halten wir an? Warum halten wir an? Runter von der Straße, du blödenes Scheiß! Ja! Ja! Was soll das? Ja! 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 Der Prototyp des neuen Motors hat ein deutlich erhöhtes Kompressionsvolumen dargestellt, das ist R-1 im Verhältnis zu Gamma 9 multipliziert mit dem Y und 2, weil zunächst 32 dann 1,8 nach den Punkten ist er wiederum reduziert um Alpha 19, vorausgesetzt die Kuben bei Y entsprechen bei serieller Fertigung den Drei-Doppelten-Aubventil in die Radialaufkennung gefertigt sind. Da hab ich keinen Zweifel!